Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Veronika ist hier. Hier gibt es jetzt ein 8-Minuten-Po-Workout für Fortgeschrittene. Ich weiß, es wurde sich gewünscht, dass ich nicht so viele Hilfsmittel nehme. Ich habe auch gar nicht so viele, aber ein paar müssen schon sein, damit es wirklich ein fortgeschrittenes Level ist und richtig schöne Reihenhaut für Po und Beine. Wir brauchen einmal einen Stuhl oder einen Hocker oder irgendwas, wo du dein Bein ablegen kannst, eine Yogamatte, so wie immer, und ein dickes Handtuch, einen Gymnastikball und einen Stab. Ich nehme gleich diese Bambusstäbe oder irgendwas, was du dahinter nehmen kannst. Muss nicht sein, du kannst auch die Arme verschränken, das werde ich dann gleich sagen. Also 8 Minuten Po-Workout, das richtig Reihenhaut für Fortgeschrittene. Und los geht's. Also erstmal aufwärmen. Und zwar springen wir in die Split-Lunges und dann in Squats, ohne zwischendurch zuzumachen. Okay, und los geht's. Zack, zack. Am besten hier so schön breit, ja? Deine Matte zwischen dir. Und zack, in den Squat rein. Zack, zack. So, richtig warm werden erstmal. Weiter. Du musst schon merken, das geht schon richtig in Po und Beine. Nochmal. Zack. Zack. Und noch einmal. Okay. Wenn du noch nicht richtig warm bist, dann mach noch ein bisschen weiter. Wir kommen zur ersten Übung. Einmal in den Stuhl. Wir machen einbeinige Squats. Einbein hinten rein. Hinten drauf. Arme nach vorne nehmen. Oder hier verschränken. Und schön nach unten gehen, ja? Schön, so weit es geht. Und hoch. Knie. Nicht über den Fuß kommen lassen. Okay, los geht's. 25 Mal. Und eins. Komm, ich weiß. Durchbeißen. Acht. Neun. Los geht's. Weiter. Und nochmal. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Noch fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Andere Seite. Puh, es haut schon richtig rein, finde ich. Ich habe ja gesagt, wir Fortgeschrittene, ja? Dann werden wir hier nicht uns ausruhen. Rechtes Stein. Hinten auf den Stuhl. Und das gleiche nochmal. Los geht's. Eins. und weiter. Und nochmal. Puh. Augen schließen. Wenn du möchtest, wenn du die Bande aushalten kannst. Wenn du die nicht halten kannst, such dir einen Punkt vorne. Und schau da drauf. Ja. Noch. Drei. Eins. Zwei. Puh. Okay. Jetzt brauchen wir den Ball. Und legen die Beine darauf ab. Beziehungsweise die Waden. Hier schön die Arme neben dich. Po hoch. Und jetzt ziehen wir den Ball zu uns ran. Zack. Okay. Los geht's. Und eins. Schön Spannung halten auch im Bauch und im Chorbereich. Hier unter dem Rücken. Wir schaffen 25 Mal. Komm. Noch zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Und komm. Wir schaffen das gemeinsam. Vier. Drei. Zwo. Eins. Oh. Krass. Das brennt. Richtig. Ja. Hier geht's ab. So. Das gleiche machen wir jetzt einbeinig. Wenn dir das zu schwer ist, mach dann diese zweibeinige Variante, die wir gerade gemacht haben, nochmal. Oder aber du sagst, ne. Schaffe ich mit links. Oder du willst auf jeden Fall mal dich steigern. Dann mach jetzt die nächste Übung. Los geht's. Nach oben. Bein nach oben. Und platzieren. Okay. Und hoch. Drei. Vier. Fünf. Und wechsel. Boah. Das zieht richtig. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Puh. Also. Ich hab heute schon Beine im Gym trainiert. Also bin ich hier schon so ein bisschen vorlediert. Aber trotzdem müssen wir uns jetzt hier durchbeißen. Kein Problem. Jetzt das Gleiche nochmal. Mit beiden Beinen. Auf geht's. Kurz sammeln. Hier wirklich überall Spannung halten. Po hoch. Und los geht's. Eins. Noch mal. Zwei. Drei. Fünf. Weiter. Neun. Zehn. Weiter geht's. Zwei. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Boah. Boah. Krasse Sache. Das haut richtig rein. Ich liebe diese Übung, weil die richtig, richtig anstrengend ist. Gerade das einbeinige ist mega hart. Jetzt nehmen wir den Stab. Ja. Du kannst es natürlich auch ohne Stab machen. Aber das sind einmal die Good Mornings. Die adaptiere ich jetzt nach Hause. Das bedeutet, Stab hier hinten. Ja. Alles fest. Nach vorne gehen wir. Good Mornings. Und dann in den Squirt rein. Und dann wieder hoch. Zack. Ja. Du kannst es auch probieren, indem du hier die Arme hast. Kannst du auch nach vorne gehen? Nach vorne gehen. In den Squirt rein. Hoch. Und zack. Das hier simuliert so ein bisschen die lange Händel aus dem Gym. Okay. Los geht's. Platzieren. Füße ein bisschen auswärts drehen. Po fest. Beine fest. Rücken fest. Ellbogen nach vorne. Spannung wirklich hier im Rückenbereich. Gerade im unteren Rücken. Und los geht's. Nach vorne. Nach unten. Squat. Knie nach außen drücken. Nach vorne. Hoch. Und nochmal. weiter. Und weiter. Und weiter. Und komm schon. Das ist eigentlich ein Kinderspiel. im Gegner zu der anderen Übung. Übung. Sieben. Acht. Und rücken. Schön gerade lassen. Ja. Zehn. Und weiter. Und 15. Eins. Schön tief. Auch mit dem Squat. Ja. Drei. Und vier. Und fünf. Sechs. Sieben. Acht. Okay. Komm. Wir halten jetzt gemeinsam durch. Du machst nicht schlapp. Ich auch nicht. Wir machen das gemeinsam. Zu Ende noch fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm. 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 Noch einen. Und zack. 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 Geschafft. Ja. Es ist ein bisschen länger geworden als acht Minuten. Aber ich habe auch zwischendurch gequatscht. Und die Übungen erklärt. Also eigentlich waren es auch wieder acht Minuten. Also wenn dir das jetzt hier noch nicht gereicht hat. Mach das Ganze nochmal von vorne. Oder aber wenn du nochmal von vorne beginnen möchtest mit ein bisschen leichteren Übungen. Dann schau dir mal meinen Faux-Workout für Anfänger an. Das ist der erste Teil von diesem Part. Das ist schon der zweite Teil. Verlinke ich hier mal dieses Video. Und weitere kostenlose, coole Sachen bekommst du auch bei mir auf der Webseite. Der Link ist in der Videobeschreibung. Schau dir das mal an. Ansonsten, ich freue mich riesig, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Wenn du es richtig effektiv fandest und richtig geschwitzt hast und richtig Bock auf dieses Workout hattest. Und gerne Feedback. War das okay? War es zu krass? Vom Niveau her? Wie weit bist du? Was für Übungen würdest du dir noch gerne wünschen? Und so weiter. Ja. Alles gerne in die Kommentare unter dem Video. Alles klar. Bis dahin. Ciao.